Herzlich Willkommen auf der Smart Automation 2009 am Messestand von Wacom Österreich. Mein Name ist Johannes Nitsch, ich bin Produktverantwortlicher für die Frequenzumrichter, die in Österreich, Ungarn, Rumänien und Ex-Yugoslawien vertrieben werden. Eines unserer Highlights der Wacom-Produkte heuer ist der Wacom 100. Der Wacom 100 ist speziell vorgesehen für den Bereich der Lüftungstechnik, Pumpentechnik, Kompressorentechnik. Ist ein Gerät in den Schutzarten IP21 und IP54 und umfasst weitestgehend die Funktionen, die in einer Lüftungsanlage oder Pumpenanlage benötigt werden, wie zum Beispiel PED-Regelung, Echtzeituhr, Multimotor, Pumpenantriebe. Weiteres die Möglichkeit einer Bedienung über ein Klartext-Display und ist erhältlich in den Leistungsbereich bis 55 kW und wird bis Ende des Jahres auf 160 kW erweitert. Der Spannungsbereich dieser Frequenzumrichter geht von 380 bis 480 Volt und ist damit für den gesamten europäischen Markt und auch für den Markt in den USA einsatzbereit. Vielleicht noch ein paar kurze Worte zur Firma Wacom. Die Firma Wacom ist ein finnisches Unternehmen. Wacom wurde 1993 gegründet und im Jahr 2000 hat Wacom eine Niederlassung in Österreich gegründet. Wir sind in Leobersdorf zu Hause und vertriebsmäßig für den Raum Österreich, Ungarn, Rumänien, Slowenien, Kroatien, Serbien zuständig. In Österreich sind wir zwölf Mitarbeiter und in Rumänien haben wir eine eigene Niederlassung, eine Repräsentation mit zusätzlichen zwei Mitarbeitern. Gerne können Sie sich über unsere Produkte auch im Internet informieren unter www.wacom.at oder bei einem persönlichen Gespräch bei uns in Leobersdorf oder wir besuchen Sie auch gerne bei Ihnen. Danke für die Aufmerksamkeit. Danke schön.